Die Legalisierung kommt. Vielleicht kannst du in ein paar Wochen in Deutschland im Café sitzen abends und einen Joint konsumieren, den du selber legal mitgebracht hast. Was wird dann erlaubt sein? Was wird dann verboten sein? Vor allen Dingen, wann ist es denn jetzt soweit? Und dann gibt es noch die Frage, wie funktioniert denn der private Anbau in der Wohnung? Wie kannst du legal zu Hause anbauen? Bis zu 25 Gramm werden erlaubt sein. Das heißt, du kannst gleichzeitig bis zu 25 Gramm besitzen. Diese Grenze gilt für den kompletten Besitz. Das heißt, wenn du 5 Gramm an deiner Arbeitsstelle hast, 5 Gramm im Keller, 5 Gramm im Wohnzimmer, dann dürftest du nur noch 10 Gramm irgendwo anders haben. Es wird alles zusammengerechnet. Es geht dabei nicht darum, wie viel du mit nach draußen nehmen kannst. Es geht um deinen kompletten Besitz. Wo bekomme ich jetzt mein Gras her? Die Nummer 1. Wenn du zu Hause anbauen willst, was dir dann erlaubt ist, wie kommst du an die Samen? Und das ist eine gravierende Änderung zum letzten Entwurf. Die Samen dürfen europaweit eingeführt werden. Das heißt, die Samen müssen nicht mehr wie im letzten Entwurf vom Bundessortenamt zugelassen werden, sondern innerhalb der Europäischen Union kannst du Samen online bestellen. Das heißt, du kannst dir dann ganz normal in Online-Shops in den Niederlanden, in Spanien, in Tschechien, in Österreich Samen bestellen. Das heißt, es gibt eine riesige Vielfalt an Samen und es gibt nicht nur ein kleines kontrolliertes Angebot innerhalb von Deutschland. Nicht erlaubt wird die Bestellung von Samen aus dem Nicht-EU-Ausland sein. Das heißt, keine Bestellung aus den USA, keine Bestellungen aus Großbritannien, keine Bestellungen aus der Schweiz. Wie funktioniert denn jetzt dieser Anbau? Du darfst nach dem aktuellen Entwurf drei Pflanzen anbauen. Was nicht mehr drin ist, sind in diesem Entwurf drei Pflanzen pro Jahr. Das heißt, du darfst drei Pflanzen anbauen gleichzeitig. Das heißt, wenn du eine erntest, dürftest du wieder eine anbauen. Wenn du alle drei erntest, dürftest du wieder drei anbauen. Ohne zeitliche Beschränkung. Im vorherigen Entwurf waren es drei weibliche blühende Pflanzen pro Kalenderjahr. Aber wir haben jetzt nur noch drei Pflanzen und nicht mehr drei weibliche blühende Pflanzen. Im letzten Entwurf war vorgesehen, du kannst zehn kleine Pflanzen anbauen und wenn die in die Blüte gehen, dann musst du quasi reduzieren auf drei weibliche blühende. Aktuell ist es so, du darfst nur drei Pflanzen anbauen. Egal wie groß, auch Setzlinge zählen dazu, insgesamt drei Pflanzen. Wer jetzt nicht selber in seiner Wohnung anbauen möchte, der kann sich einem sogenannten Anbauverein anschließen. Die Anbauvereine, auch Cannabis Social Clubs genannt, sind ganz normale Vereine mit bis zu 500 Mitgliedern, mit dem Ziel, gemeinsam Cannabis anzubauen. Diese Vereine dürfen dann an die Mitglieder, also an jedes einzelne Mitglied, maximal 25 Gramm abgeben, auf einmal oder 50 Gramm pro Monat. Im letzten Entwurf war es relativ sinnvoll geregelt, dass die Anbauvereine an die Mitglieder das Gras dann verkaufen. Zum Selbstkostenpreis dürfen keine Gewinne erwirtschaften, aber so zum Erzeugerpreis dürfen dann die Produkte abgegeben werden. Im jetzigen Entwurf wurde das geändert und es wurde sehr spannend geändert. Es ist nämlich so, dass jedes Mitglied Mitgliedsbeiträge bezahlen muss, aber einen Verkaufspreis wird es nicht geben. Das heißt, in deinem Mitgliedsbeitrag ist der Verkaufspreis schon drin. Du hast dann quasi so eine Art Flatrate. Ist dann die Frage, wie das dann in der Praxis ausgestaltet wird. Gibt es dann irgendwie A, B, C, D Mitglieder und A stehen irgendwie 10 Gramm pro Monat zu, B 20 Gramm, D 30 Gramm pro Monat mit verschiedenen hohen Mitgliedsbeiträgen? Muss man sich dann quasi schon für das nächste Jahr anmelden, welche Mitgliedsstufe man jetzt haben will oder wie wird das funktionieren? Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Regelung, dass man durch die Mitgliedschaft dann quasi ein Anrecht hat auf eine gewisse Menge Marihuana oder so. Und jetzt die schlechte Nachricht für alle von euch, die vielleicht Vollzeit arbeiten und noch andere Hobbys haben und generell vielleicht wenig Zeit. Jedes Mitglied dieser Anbauvereine muss beim Anbau aktiv mitwirken. Es reicht nicht einfach Mitglied zu sein, um dann sein Gras dort zu kaufen, sondern man muss aktiv mitarbeiten und mit seinen Mitgliedsbeiträgen bekommt man dann seinen Anteil. Das heißt, man wird sich auch selber die Hände schmutzig machen müssen. Außerdem dürfen diese Anbauvereine dann keine Vollzeitangestellten haben. Maximal geringfügig Beschäftigte sind erlaubt. Das heißt, das, was früher der 450-Euro-Job war, das geht. Ein großer Anbauverein in einem einkommensstarken Gebiet kann sich aber nicht einfach irgendwie 2, 3 Gärtner anstellen, die die ganze Arbeit erledigen. Warum das so ist? Es soll wahrscheinlich der soziale Gedanke irgendwie gestärkt werden und die Zusammenarbeit und der Kontakt miteinander. Was das bringen soll, wenn der Konsum in diesen Vereinen verboten ist und auch 200 Meter außenrum um die Vereine, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Apropos Konsum. Es wird dann zwar der Besitz legal sein, bis zu 25 Gramm. Es gibt aber Konsumverbote. Zum Beispiel ist es verboten, zu konsumieren in Anwesenheit von Personen nur unter 18. Das heißt, es darf nicht in unmittelbarer Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen konsumiert werden. Außerdem darf nicht konsumiert werden an besonderen Orten, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Zum Beispiel in Fußgängerzonen zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends. Bedeutet irgendwie der gemütliche Joint mittags im Café, das wird zunächst mal nicht erlaubt sein. Dann darf nicht konsumiert werden in 200 Meter Abstand von bestimmten Kinder- und Jugendeinrichtungen. Zum Beispiel öffentlich zugänglichen Sportplätzen, was uns dazu führt, zur Frage, darf denn dann neben dem Skatepark konsumiert werden? Ich denke eher nicht. Dann 200 Meter Abstand zu Schulen, 200 Meter Abstand zu Kinderspielplätzen, 200 Meter Abstand zu Jugendzentren. In diesen Zonen darf nicht konsumiert werden. Jetzt stellt sich für viele natürlich die Frage, woher soll ich das denn wissen? Wenn du jetzt gerade zu Gast bist in irgendeiner Stadt, in der du noch nie warst, woher sollst du wissen, ob jetzt im 200 Meter Umkreis um dich, das wäre ja ein Durchmesser von 400 Metern, irgendwo ein Jugendzentrum ist, ein öffentlich zugänglicher Sportplatz oder ein Kindergarten? Vor allen Dingen ist es so, auch um die Anbauvereine darf ja im 200 Meter Radius nicht konsumiert werden. Und die Anbauvereine dürfen ja keine Werbung machen. Das heißt, woher sollst du denn wissen, dass jetzt nicht nach der nächsten Ecke ein Anbauverein? Musst du jetzt ein GPS-Peil-Sender dabei haben, um genau zu wissen, wo du stehst? Und dann gibt uns dabei der Gesetzentwurf auch Aufschluss, es ist linear bis zur Eingangstür der jeweiligen Einrichtung zu bemessen. Luftlinie. Heißt, darfst du dann hinter der Schule stehen und einen Joint rauchen, wenn du 200 Meter von der Eingangstür entfernt bist? Aber, wie gesagt, das wird noch interessant werden, wie das funktionieren soll. Aber das Konsumverbot ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, dafür gehst du nicht in den Knast, sondern gibt es nur ein Bußgeld. Aus diesem Entwurf entfernt wurde das Konsumverbot an sonstigen Orten, an denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten. Das wäre tatsächlich auch noch schöner gewesen, weil woher sollst du bitte jetzt zum Beispiel als Gast in einer fremden Stadt wissen, an welchem Ort sich jetzt Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten und an welchem nicht. Also, dieses Verbot wäre so dermaßen unbestimmt, dass es unmöglich rechtmäßig zu durchzusetzen gewesen wäre. Nun zu den zwei Fragen aller Fragen. Wie soll ich zu Hause drei Pflanzen anbauen, wenn ich eine Höchstgrenze habe von 25 Gramm? Gilt diese Höchstbesitzgrenze von 25 Gramm, gilt die auch für die drei Pflanzen aus dem Privaten anbauen? Im letzten Gesetzentwurf waren es zwei verschiedene Grenzen. Wir haben 25 Gramm plus den Ertrag der drei Pflanzen aus einem Jahr. Jetzt ist er weggefahren. Wir sprechen nur noch über die 25 Gramm Höchstbesitzgrenze. Das heißt, der Ertrag aus den drei Pflanzen, wenn man es genau nimmt, sogar die drei Pflanzen selber, zählen zu den 25 Gramm. Das heißt, wenn deine drei Pflanzen insgesamt 30 Gramm abwerfen, sogar wenn sie noch an der Pflanze dranhängen, dann bist du drüber und machst dich strafbar. Kenner werden es wissen, aber also drei Pflanzen, 25 Gramm ist unrealistisch. Also schon eine Pflanze bei mäßiger Pflege übersteigt deutlich die 25 Gramm. So kann es nicht funktionieren. Viele kritisieren jetzt oder sagen, ja, so wird das auch nicht kommen, das ist ein Versehen. Nein, nein, das ist kein Versehen. Das steht ausdrücklich so im Referentenentwurf drin, mehrfach. Die 25 Gramm Höchstbesitzgrenze gelten auch für den Ertrag der drei Pflanzen. Das ist eindeutig. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass dieses Verbot noch rauskommt, weil es so eindeutig drinsteht an mehreren Stellen im Referentenentwurf. Die letzte Frage aller Fragen, die wichtigste wahrscheinlich, wann kommt es? Wann geht es denn los? Also definitiv kannst du jetzt noch nicht bestellen, anbauen, konsumieren, also Stand heute, Anfang Juli. Okay, aber der Gesetzentwurf, der Referentenentwurf ist ja so, wie er ist, fertig. Das heißt, der wird jetzt noch beraten inzwischen im Ministerium und dürfte dann am Ende der Sommerpause in den Bundestag gehen. Das heißt, im September wird vielleicht schon im Bundestag darüber debattiert und vielleicht dann tatsächlich September oder Oktober schon erlassen. Dr. E, Köstner 2 4 4 Vielen Dank.